da die schreitkräfte der Ferengi wurden besiegt ja wir haben ja schon im letzten Let's Play mit den Ferengi gespielt und ihre Truppentransporter sind nicht wirklich gut wer hat die Invasion der Ferengi ab? 3 Truppentransporter wurden beim Versuch verloren 7 von 4 zu 100 bombardiert 73 Millionen die haben es nicht geschafft das war klar da haben wir noch die Zeit hier unsere Flotte aufzurüsten Dauerzerstörer Chronos Ach ja wir haben Polizeistaat dann können wir jetzt alles denn hier Polizeistaat könnt ihr alles rausnehmen packen wir alles in Forschung in Sicherheit das kann hier sein direkt die Orbitalgeschütze aktivieren 725 Bogenkampf 625 Bogenkampf 625 Bogenkampf 2 Robben ok gleich da 725 Bogenkampf Bestätigt. Kaufen. Wahrscheinlich keine Kohle für. Können es gerne mal versuchen. Schiff der Klingon. und 6,066 kunden zwei nicht zwei truppen transporter ein auspost schifte verringert zwei kunden zwei exporten natürlich nicht ihre ganze hauptflotte dieser kampf wird ihr letzter sein verstanden dieser kampf wird ihr letzter sein bestätigt das ist einfach verstanden dieser kampf wird ihr letzter sein waffen sind online sie werden einen schönen tod haben der tod ist eine erfahrung die man mit anderen teilen sollte für das imperium der tod ist eine erfahrung die man mit anderen teilen sollte rangeschwindigkeit für das imperium ok digga dein ernst jetzt machst du einen absturz er läuft dabei digga das gibt es doch nicht unglaublich spiel fortsetzen was soll denn das unglaublich ich dachte nicht auf rangeschwindigkeit machen sollen verstehe ich gar nicht das ist das hauptspiel ohne mods ohne gar nichts dann fliegen wir aus dem spiel raus gut dass sie immer auto safe drin ist gut dass sie immer auto safe drin ist echt der fuck ab hier etwas 5 3 4 100 6 5 6 10 6 auf Kauf bestätigt. Okay, kommen wir dann. Nochmal. Okay. Machen wir jetzt keine Rammgeschwindigkeit. Okay. Bestätigt. Sie werden einen schönen Tod haben. Nein, Sir. Ja, Sir. Dieser Kampf wird Ihr letzter sein. Ja, Sir. Ach, das ist einfach. Alles auf die Waffenkreuze. Was soll das? Digga, dein Ernst? Was ist mit dem Spiel los? Krieg ich gleich einen Anfall, ey. Kann doch nicht sein. Ey, der fuckt jetzt hier ab. Ey, war sowas von? Kann ich nicht sein, ey. Kann ich nicht sein, ey. Wenn ich Ihnen vorschläge, was das sein könnte, immerhin ja... Kauf bestätigt. Sag mir das mal. Ist das an die Truppentransporter, oder was ist das? Okay. Machen wir da automatisch. Unsere Krieger waren siegreich. Unglaublich. Schiffe haben die hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der Bucky ist, ey. Kann ja nicht sein, ey. Was ist f***ed up, ey. Good board. Kauf bestätigt. Kauf bestätigt. Hauptspieler Vanille und sowas. Okay, das ist nochmal ein Kampf, das wollen wir mal gucken. Ja, Sir. Verstanden. Sie werden einen schönen Tod haben. Bestätigt. Dieser Kampf wird Ihr letzter sein. Worauf sollen wir uns konzentrieren? Äh, das ist einfach. Also, Sie werden einen schönen Tod haben. So, bitte. Funktionieren. Kamera. Oh, ist das nicht abgestürzt? Oh. Gucken, was den Kämpfen waren. Einer weniger. Ein weiterer Sieg für das Imperium. Was wollen Sie diese Fragezeichen hier? Was soll der Scheiß? Ja, ziehe ich die jetzt weg. Okay. Ich muss. Zerstören die mal in den Außenposten. Ne, hab gar keinen Bock drauf. Ich bin so großartig. Das war die Vorce. Ne, hab ich gerade dafür. Mah, gell. Okay. Sonst klappt das meistens immer, aber manchmal ist das Spiel ein bisschen zickig. Kauf bestätigt. Kampf. Verstanden. Sie werden einen schönen Tod haben. Das einzige, was sie vollbracht haben, war zu sterben. Schrauben. Bis zum nächsten Mal.